Und spätestens jetzt sagt ihr, what the fuck? Also, es gibt gute Clowns. Okay, es gibt Clowns, in denen ich nicht drinne bin, die sind dann meistens noch besser. Aber ganz ehrlich, was ist das? Hallihallo Leute, hier ist der Guzoa. Ich dachte heute echt schon, es gibt kein Update-Loot mehr. Aber hier sehen wir, ist es doch wieder so ein bisschen was, was machbar ist. Und das wollen wir uns natürlich logischerweise holen. Klar, ich habe natürlich jetzt da die Queen gesetzt, wo ich halt mit dem King halt schlecht rankommen würde. Deswegen kann ich hier schön unten mit dem King dann langrennen. Und dann gucken wir mal, was wir mit den CB-Truppen und beziehungsweise halt mit den Bogies dann noch machen müssen. Ich denke mal, Queen wird dann draußen noch so ein bisschen sich vergnügen. Und dann sollte das ganz gut laufen hier. Mal gucken. Also ich sage mal, ja, 500 müssten mindestens drin sein, würde ich sagen. Das sollte auf jeden Fall machbar sein. Ich habe wieder zu viel Mauerbrecher drin, aber gut, war halt so drin jetzt. Komm, schicken wir den mal hier lang, dass der halt eben doch die Queen dann wirklich schön draußen lang gehen kann, ohne Zeit zu vergolden. Ah, soll ich die... Soll ich den King reinschicken, um die Luftabwehr zu killen? Weiß gerade nicht. Nee, egal. Egal, wir machen hier jetzt mit den Bogies auf jeden Fall nochmal richtig Terror. Und nehmen das Gold hier auch noch gleich komplett, hoffe ich mal, mit. Hier kommen... Da darf dann auch mal kurz geraged werden. Hier auch nochmal ein Rage rein. King auf die Luftabwehr. So, da haben wir... Ja, das ist doch ganz neis. Hier, die fehlen noch. Gut, okay. Das gibt jetzt Schlimmeres. Klar, die Queen geht jetzt natürlich wieder rein, weil sie wieder Langeweile hat. Aber... Ah, gegen eine 40er Queen ist natürlich dann auch nicht so lustig. Aber auch die haben wir gekillt. So, jetzt der 50er King auf jeden Fall. Äh, der 40er King, aber auch easy going. Zack, zack, zack. Hat sie es geknackt. Ja, würde ich mal sagen, eine Minute haben wir noch. Ja, im Rathaus ist eh nichts mehr. Klar, logisch. Da wurde schon einfach viel zu oft rübergejackelt. Schade, die Äußeren... Naja, so ist das. Also, da brauchen wir jetzt nicht rumheulen. Das ist schon vollkommen in Ordnung. Das passt so. Ansonsten habe ich für euch natürlich noch so ein kleines Special. Und zwar schrieb mich... Ich muss mal gerade gucken, wer mich da anschrieben. Ich glaube, Daniel hieß er. Schrieb mich an und sagte... Ja, genau, Daniel. Und sagte, hey, willst du mal was Special-mäßig jetzt sehen? Ich sage, naja, Special... Ich meine, komm, ich meine, die Abos, die wollen halt immer was ordentlich jetzt sehen. Ganz klar. Und... Hat er gesagt, ja, komm. Ich zeige dir mal was in unserem Clan. Und das seht ihr gleich. Ich bin jetzt nämlich deswegen jetzt gerade clanlos. Weil ich mich danach halt... Ja, sehr gut. So, so wollen wir das sehen. Und da kann ich dann sagen, komm, da bin ich schmerzfrei. Die Mauerbrecher hätten jetzt nicht sein müssen. Aber... Ah, schade. Ah, das ist das letzte bisschen. Die hätten es wenigstens noch splashen können. Ich habe mir vorgenommen, 500k. Passt. Also, das ist in Ordnung. Das ist vom Loot her vollkommen okay. So, und jetzt gucken wir gleich mal. Habe ich mir den in den Lesezeichen gesetzt? Eigentlich. Ja, da. Ja, und zwar sagt man sich ja gut, okay, hier Kriegsserie 0 ist ja jetzt nicht so der Knaller. Da ist der Guzoa. Bäm. Gucken wir mal, ob ich angenommen werde. Und da bin ich schon. So, und zwar Kriegsserie 0. Und spätestens jetzt sagt ihr, what the fuck? Also, es gibt gute Clowns. Okay. Es gibt Clowns, in denen ich nicht drinne bin. Die sind dann meistens noch besser. Aber ganz ehrlich. Was ist das? Und jetzt guckt euch bitte mal. Gebt euch das einfach mal bitte, ja? Wir reden hier nicht von, ah, naja, die hatten Glück. Die hatten irgendwie sehr viel Glück oder sowas. Sondern wir reden hier einfach mal von 97%, 96%. Zack, zack, zack. Guckt euch das bitte mal an. Und ich meine, es ist ja nicht so, okay, gut, komm, wir haben hier jetzt mal den Lock voll. Nein, jetzt wird es richtig spannend. Wann kommt denn der nächste, der eventuell mal rot war? Oh, 43 Tage. Oh, 51 Tage. Oh. Oh. Hm. Ich scrore mal ein bisschen schneller. Zack. Hier ist der komplette CW-Lock einfach nur gewonnen. Einfach nur gewonnen. Und jetzt gucken wir uns das mal an hier. Wir haben auch ein YouTube. Okay. Einfach reinschreiben. Also das ist ja wohl mal das Mindeste. Also das wird dann logischerweise gezeigt. Klar, wenn die halt auch ein YouTube-Channel haben. Ganz klar. So. Kriegsergebnis. Ja, nee. Karte anzeigen. Ich bin, nee. Das wurde geändert. Sorry. Das wurde geändert. Dafür kann ich jetzt nichts seit dem Update. So. Und zwar mein Team. War ja jetzt nicht mein Team. Aber ihr wisst, was ich meine. Da seht ihr folgendes. Ist das wieder... Wow. Okay. Ist wieder komplett anders gegangen. Ah, schade. Wiederholungen sind natürlich seit dem Update nicht mehr verfügbar. Ah, ärgerlich. Aber so ist es halt. Aber bloß, dass ihr mal seht. Also die sind nicht mal ansatzweise irgendwie knapp oder gerade so. Nein, die sind immer richtig ordentlich. Also hier nochmal gucken wir nochmal rein. Mein Clan. Kriegslog. Also wie gesagt, wer sich mal einem richtig, richtig kranken CW anschließen möchte, der halt eben auch richtig auf Tasche hat, klar. Also wie gesagt, das würde ich nie riskieren und sagen, gut, okay, komm, lass mal hier CW mitmachen. Da, nee, aber wirklich mega geil. Hier einfach mal wirklich kompletter Kriegslog. Komplett gewonnen einfach nur. Und das ist halt mal richtig mega. So, jetzt machen wir mal jemanden eine Anfrage. Danke für alles. Passt. Ich gucke mal gerade, ob die eventuell drin haben. Skills. 50 CW-Siege in Folge Update 59 momentan. Also richtig, richtig krass. Richtig krass. Also wie gesagt, für diejenigen, die halt unter euch, die halt wirklich richtig auf Tasche haben und sich sagen, oh gut, okay, ich will mich einem Clan anschließen, der richtig mega abliefern kann. Ich würde mal sagen, Hashtag Yetis. Da seid ihr richtig gut aufgehoben. Auf jeden Fall. So, jetzt greifen wir nochmal an. Ich hoffe mal, ich verkack nicht, logischerweise. Das wäre natürlich jetzt richtig mies. Aber ansonsten ist halt wirklich so, CW, äh, nicht CW, sondern Loot-technisch hier echt nach dem Update, wie gesagt, wir haben ja noch Montag hier bei mir, äh, geht gar nicht. Geht absolut gar nicht. Also sonst ist ja wirklich so, jeder zweite Angriff ein Treffer. Nee, ist hier im, in Anführungsstrichen, oberen Bereich nicht der Fall. Ich skipp euch mal raus, bis es interessant wird. Jetzt nehme ich den hier einfach mal. Es geht mir aber in dem Fall wirklich gar nicht darum, dass ich jetzt irgendwie die... Ja, obwohl ich kann die Queen zücken. Guckt mal. Einfach nur wirklich, um hier das Dunkle abzusahnen und das war's. Also wirklich, mehr wird hier gar nicht gemacht. Wirklich nur kurz das Dunkle gesnackt und dann abgebrochen. Und jetzt gucken wir mal, ob wir da... Genau, gegen den möchte ich gerne noch. Zack. In Ordnung, das war's. Ich meine, den Tausender habe ich mir mitgenommen. Die Niederlage steht mir prächtig, da kann ich ohne Probleme mit leben. Ich brauche Verstärkung, ne, die kriegt er. Und dann gucken wir mal, ob wir euch hier gleich wieder was Schönes... Ja... Ich meine, ich bin im Boost. Sonst hätte ich gesagt, nee, mache ich nicht. Aber das ist in Ordnung. Das heißt, ist ja für mich dann relativ wenig Aufwand... Ja, doch. Neue Truppen zu produzieren. Wir gehen von hier aus rein. Und wir sind drin und schauen uns halt einfach mal kurz um, wie das alles so ausschaut hier. So jetzt relativ gut hingucken, dass man wirklich sagt, gut, okay, komm, kein Rage umsonst verballern. Weil so extremst viel Loot ist es jetzt auch nicht. Aber wie gesagt, ein bisschen was wollen wir hier jetzt auch noch holen. So, warum gehst du jetzt in Richtung Draußen? Das ist nicht dein Ernst, oder? Mädel, willst du mich rollen? Jetzt mal ohne Witz. Warum? Ich meine, die war jetzt nur für draußen vorbereitet, sage ich jetzt echt mal. Ich wollte schon sagen, Leute. Gut, dass die Bogies da waren. Auf jeden Fall, dass man damit noch ein bisschen was machen konnte. Und dann gucke ich mal, dass ich irgendwie noch an das rankomme. Mal schauen. Wir haben ja jetzt, wie gesagt, nur noch die drei Minuten. Aber sollte auch noch ganz easy laufen. Dann gucken wir mal, wie das hier abläuft. So, jetzt klar Teslas. Ja, im Golem einwandfrei. Das ist natürlich für mich der Win. In jeglicher Hinsicht. Da passiert mir gar nichts. Da haue ich kurz ein Rage raus, dass ich halt wirklich nicht so viel Zeit verschwende. Und dann würde ich mal sagen, hauen wir hier mal eine CB rein. Obwohl, die wäre von hier aus auch nicht schlecht gewesen. Aber ich denke mal, das sollte passen. Ja, einwandfrei sogar noch Magier drin. Vielen, vielen Dank an den klaren Hashtag Yetis in dem Fall. Die mir dann halt eben auch nochmal Magier gegeben haben. Die knallen hier natürlich echt richtig gut rein. Und machen natürlich ihre Arbeit perfekt. Ganz klar. Läuft mega gut. Auf jeden Fall kriegen wir sogar noch das Dunkle. Doch, das sollten wir gut bekommen. Und vielleicht rennst du sogar noch so ein bisschen rum. Und dass ich da noch das... Ich will da kein Risiko eingehen. Ich würde das gern echt ziehen. Und wenn es nur mit ein paar Boogies ist. Aber das würde ich gern haben. Das Alex hier. Auf jeden Fall. Ja, ich denke mal, das sollte passen. Genau. Ah, schade. Durch den Magier gekillt hier. Durch den Magier-Turm. Ich guck mal gerade. Wenn denn der Flächenschaden so weit weg ist, würde ich die Queen auch ragen. Komm, jetzt. Alter, jetzt schön noch die Fallen hier ausgelöst. Genau. 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 Läuft halt. Aber ansonsten ist es gar nicht so verkehrt gewesen. Gibt auf jeden Fall schlimmeren Loot. Ganz klar. Jetzt hier noch schön unten noch das Dunkle klar machen. Einwandfrei passt. Passt. Ist okay. Ist jetzt nichts Weltbewegendes. Aber wie gesagt, weil der Boost eh drinne war, passt das alles. Und Eil bitte. Dann machen wir hier drei. Davon drei. Eil habe ich leider nicht dabei. Tut mir leid. Und wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen mit diesem richtig, richtig mega fetten Clan-Lock. Also ich sage mal ganz ehrlich, das ist schon richtig mit diesem Kriegs-Lock. Das ist schon richtig. Guckt mal hier. 100% sogar. Und die haben dann gar nicht mehr angegriffen. Die haben sich gesagt, gut, okay, komm, wir haben die Schnauze voll. Wir haben andere Sachen zu tun. Also richtig geil. Richtig geil. Wie gesagt, ich zeige euch nochmal ganz kurz den Hashtag. Da. Auch wieder geändert. Dort habt ihr den Hashtag. Und wie gesagt, wirklich nur die ganz klar aktive Leute. Klar. Und dann halt wirklich Freestar. Und dann passt das. Das war es von mir. Ich liebe auch gleich wieder und gehe wieder in meinen Clan, weil Badat-CW haben. Und das war es dann. Haut rein. Und wie gesagt, wenn ihr sonst auch so eine Sachen habt, wo euch auffällt, oh hier ist was ganz Besonderes, lasst es mich wissen. Einfach über Facebook oder halt einen Kommentar reinballern. Passt. Bis dann. Ciao, ciao.